Ja, hey Leute, willkommen zurück zum vierten Part von Amnesia. Ja, ich werde nur diesen Part aufnehmen, weil ein gewisser Zuschauer namens XXKaromalatXX sich das gewünscht hat, weil er so ganz traurig war, dass der dritte Part schon zu Ende war. Und deswegen machen wir mal den vierten extra für dich. Ja, und wir sind jetzt im Labor hier angekommen wieder, weil wir ja die ganzen Chemikalien da haben und wollten die da jetzt mal hinbringen. Und genau das werden wir jetzt auch tun und hoffen, dass das alles heile ausgeht. Äh, da muss ich glaube ich lang. Ich höre böse Dinge. Oh, hier ist ja schon der Raum. Fischilein. Oh, nicht da. Oh nein. Oh Gott, es ist Alkohol. Nimm das, Fisch. Vielleicht ist er jetzt besoffen und galt mich nicht mehr an. So, dann müssen wir hier, äh, ich glaube den Chemie-Topf hinstellen oder auch nicht. Ähm, ähm, oder wir müssen das hier zuerst machen. Okay, das müssen wir wohl zuerst machen. Irgendwas böse passiert. Aber das interessiert uns mal einfach so nicht weiter. Äh, die Brenner hat das hier. Okay. Ist das richtig? Drehen wir mal im Rad. Und irgendwas Böses geht, ja. Und jetzt können wir, glaube ich, den hier hinstellen. Oder können wir nicht. Äh. Warum nicht? Was mache ich falsch? Vielleicht jetzt. Ich müsste aber eigentlich gehen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Oh. Jetzt hat es funktioniert. Zum Glück. Ja, und dann drehen wir nochmal an diesen Rädern hier. Oh yeah. Und schon haben wir Säure. Und damit kommen wir auch weiter. Und ich weiß auch wo. Also raus hier. Ja, und das Problem ist nämlich hier, dass, äh, unser Weg nach oben zusammengebrochen ist. Und wir brauchen das hier. Und wenn wir das hier so hinstellen irgendwo. Dann geht es automatisch so, dass es richtig liegt. Seltsam, aber so ist das. So, dann laufen wir hier lang und sind auch wieder oben. Und ab in die Eingangshalle. Wir müssen jetzt nämlich da hin, wo wir hingegangen sind, wo wir so das erste Mal in der Eingangshalle waren, wenn ihr euch daran noch erinnern könnt. Ähm. Da war nämlich so ein Raum. Los, weg da. Ja, und dieser Raum ist hier unten. Hinter dieser Tür. Und das können wir mit der Säure weg machen, soweit ich weiß. Äh. Ja. Ja. Bye, bye. Ekelhaftes Zeug. Und ja, jetzt können wir hier auch weiter. Äh, ich sehe gerade kaum was. Oh, da ist die Tür. Die Raffinerie. Da sind wir jetzt angekommen und genau da geht es jetzt auch weiter. So ist das halt. Oh, Mann. Das ist übrigens jetzt so die Stelle, ab der ich anfange zu denken, das Spiel könnte mich langsam erschrecken. So richtig böse. Ja, was haben wir denn hier? Einen bösen dunklen Gang. Lichter. Es ist sicher sehr kering in hier. Ja. Und es gibt eine gute Grunde dafür. Aber du kannst jetzt den Lampen светlen. Wenn du möchtest. Was ist die Grunde? Für die kering, das ist. Bleib nah. Bequiet nicht zu flachen. Was ist die Grunde? Warum ist es so kering? Beifall bei dir, Dandor. Es ist wichtig, dass du weitergehen kannst und sicher nicht, dass du flachst. Hallo? What? What? Ich hoffe, er bleibt auch gerade weg. Oh, überall diese bösen Geräusche hier. Ah, nein, nein, nein. Ganz vorsichtig. Ich traue der Sache nicht. Er ist wohl in diese Füge gegangen, also gehen wir hier lang. Oder ist er hier reingegangen? Hallo? Schnell die Tür zu. So, was haben wir denn hier? Fässer, eine Kette, eine Kerze. Alkohol, Unmengen an Alkohol. Und Öl, yeah. Oh, eine geheim versteckte Zunderbüchse. Das ist cool. Ein Tisch, ein Stuhl. Äh, haben wir hier irgendwas? Nein. Ist das eine neue Tür? Ja. Okay, dann machen wir mal diese Tür auf. Okay. Wir scheinen uns auch noch ganz in Ordnung zu sein. Laudanum, oh yeah. Mach die Tür zu, Mensch. Oh Gott. Immer diese Türen, die einfach so aufgehen. Jetzt darf's aufgehen. So, was haben wir hier? Nichts Wichtiges. Okay. Okay. Alkohol! Okay, die ist zu. Knochen. Nicht so gut. Oh, ich weiß nicht wo das Monster ist. Ist es gerade weg? Oder kann das überhaupt jetzt nochmal auftauchen? Alkohol! Gott damn you! Oh, Zunge. Die ist natürlich teuer. Was haben wir hier? Oh man, hier muss echt ein... Alkohol! Lecker! Okay, was? Was, was? Ist da gerade eine Tür kaputt gegangen oder so? Ganz ruhig, Daniel. Ganz ruhig. Oder ist die Tür nur zugegangen? Oder habe ich die zugemacht? Ich weiß es nicht mehr. Werfen wir einfach den Alkohol hin. Doch! Nothing happens. Oh, jetzt bin ich hier voll besoffen. Anscheinend bin ich hier der Alkoholiker. Äh, ja. Aber ich will das Laudanum eigentlich jetzt nicht schon immer verwenden. Oh, ich hoffe jetzt einfach mal, er kommt nicht hier irgendwo. Okay, ich geh zurück. Tür, geh auf. Tür, geh auf. Oh, reicht das nicht, wenn ich im Licht hier gut stehen bleibe? Ding 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 Ding. Aber nein. Okay, was haben wir denn hier Schnittwunden? Und Punkt, Punkt, Punkt. Okay, ich bin nur seit einfach mal eins. Alles ist gut. Und uns geht es nicht besser. Ich weiß auch gar nicht, ob es das Richtige war, was ich nehmen wollte. Aber egal. So, hier war die Tür, die zu ist. Und soweit ich weiß, ist es hier ein Geheimweg. Weil ich habe das Spiel schon mal mit Lisa damals ein bisschen gespielt. Und da sind wir hier auch etwas kurz hängen geblieben, bis ich diesen Weg hier gefunden habe. Daher weiß ich das noch. Aber so wirklich viel weiter haben wir nicht gespielt. Okay, ich sehe nichts. Oh yeah, öh. Äh, Kisten, nur ein paar Kisten. Okay. Ah, hier. Ja, deswegen war die Tür zu. Ist das nicht toll? Wegen diesen Fässern. Ja, hier haben wir etwas zum Drehen. Aber das ist hier oben blockiert. Deswegen geht das auch nicht. Hier haben wir eine Fackel. Ohne Kiste. Ohne Kiste. Ohne Kiste. Zunderbüchse und Zunderbüchse. Hier haben wir anscheinend gar nichts. Nix. 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 Ja. Ohne Kiste. jetzt noch was. Oh, es ist echt scheiße, wenn man so besoffen hier ist. So, dann müssen wir ja den Fass nehmen und schauen uns hier oben mal an, was so los ist, weil da hängt, hat der mich hier da Problem gelöst. Und jetzt drehen wir mal das Rad. War's das schon? Oh, ich sehe gerade, mir geht's ja wieder besser. Yeah, warum auch immer. Also, gehen wir mal nach unten. Oh, Goddammit. Dieses rote Zeug macht einen Moment fertig. Aber es schreit ja eigentlich immer so. Gehen wir einfach mal in diese Tür. In die Kellerarchive. Auch ein schöner Ort, an dem man immer sehr gerne sein will, nicht wahr? Oh, Gott. Für die, die das Spiel nicht kennen, das ist das Fischmonster und das verfolgt uns, wenn wir im Wasser sind. Deswegen müssen wir immer schnell seiner der Besten nicht im Wasser stehlen. Schnell hier rein. Oh warte, oh warte, oh warte. Oh nein. Okay, da ist ein Schalter. Was sind wir hier? Keine Ahnung. Oh, wir sind verfolgt. Okay, hier ist wohl gar nix. Soll ich mich trauen? Ich muss mich nämlich jetzt vereinen. Lauf, 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 lauf. Oh Gott, wo lang, oh Gott, wo lang, ich gehe von hier lang. Nein, nein. Oh. Oh, was sollen wir denn hier? Laudanum. Oh, das ist so gut. 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 zurück in den Raum, weil wir haben nur eine bestimmte Zeit, wenn wir den Schalter aktivieren und wir waren ja gerade falsch. Also nochmal. Robert, Robert. Erstmal hier rauf. Okay, da ist ein Weg, da ist kein Weg. Oh, das hier war doch gar nicht die Tür, wo ich da hin wollte. Wow, 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 wow. Weil wir draufstehen, weil wir uns ja draufstehen. Oh, 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 aber der auch so da ist. Ich müsste weiter so was oben. Schön gemacht. So, da habe ich noch einen Arm, aber wo gehe ich dann hin. Cool. So sind ein Fässer, okay. Okay, haben wir noch mehr Körperteile, ah, okay, alles klar, so Fischi, ja, ich will jetzt essen, wo ist halt, oh, er isst gerade, also schnell, bitte, 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 bitte nicht zu mir, komm, nicht zu mir, komm, nicht zu mir, komm, der Parker kommt zu mir, finde ich richtig, finde ich richtig, lauf, oh Gott, oh, yeah, okay, das ist so knapp, glaube ich, ja, weißt du was, ne, also rüber, nein, wir auf die Kiste, scheiße, okay, ähm, Also rein da. Fuck, fuck, fuck. Nein. Okay, wir brauchen wohl das hier. Deine hohle Nadel. Ja. Und damit können wir die Tür wahrscheinlich aufmachen. Also rüber. Nein. Oh, gerade will ich überall festhängen. So. Uh. Ja. Und damit haben wir, hoffe ich jetzt mal, oder? Sind wir noch im Wasser? Sind wir noch im Wasser? Ja, wir sind noch im Wasser. Glauben der Leben. Glauben der Leben. Kacke. Das verfolgt mich doch nicht wirklich jetzt, oder? Ich dachte, ich bin jetzt in Ruhe und kann ausmachen. Oh Gott, oh Gott, weiter, weiter, weiter. Nein, meine Öl ist alle. Ich bin nicht richtig. Ich bin nicht richtig. Oh, ich konnte ein bisschen Blicke spielen. Hier ist die Körper. Und ich meine. also auch aus dem und schon sagen wir machen dann beim nächsten paar weiter ich hoffe es hat euch gefallen wie wir mit fischeelein schwimmen waren und dann ja bis zum nächsten part was soll ich eigentlich sagen keine ahnung also haut rein